hallo heute ein kurzer tipp mal wieder aus meinem wohnzimmer ein kurzer tipp aus dem wohnzimmer ich habe hier den vlc media player laufen wie ihr seht hier unter ubuntu saucy salamander wie ihr seht hat der vlc zwar visualisierungen aber die sind eher so ein bisschen spackig wollen wir nicht die sehen bescheuert aus gut jetzt ist der ton aber auf puls audio und dafür gibt es eine schöne lösung es gibt den projekt m project m puls audio visualisation und wenn wir den mal starten dann holt er sich über puls audio das aktuelle musiksignal das ding kann man auch größer machen ist klar und mit f auf voll screen bringen so nach einiger zeit verschwindet dieses projekt m ding ich so mit jetzt mal ein bisschen heran schauen und ich mache mal die musik ein bisschen lauter damit ihr seht was ich da tut musik von jamendo ist freie musik übrigens wer sich da vielleicht copyright sorgen macht also das lasse ich jetzt mal laufen geurteilt selbst ich finde es richtig fiffig jetzt mal auf Das war's. 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 Das war's.